Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Lost in Random und wir sollen versuchen nach ein paar geraubter Augen, damit uns ein freundlicher Geselle da unten irgendwo hinten uns dabei hilft, Deicys Augen zu reparieren bzw. eines und Wie konnte ich dich im letzten Part übersehen? Und deswegen müssen wir mit dem Bürgermeister sprechen, der anscheinend die Augen geraubt hat. Irgendwie wurde so und so erzählt. Wir gehen nun mal jetzt in sein Büro rein und sorgen mal für Radau hier auf dem Tisch. Hi, erzähl mir mehr über... Hau mich bitte nicht. Yes, yes, hello. Step into my office, such as it is. Don't mind the thing sticking out of my hat. He's... How best to explain this? I had a lot in my mind about this Upside Downtown project. It was starting to get out of hand and then one day he was just... there. I've always been here. Right. We'd better keep our voices down even, if we ought to keep this conversation away from his ears. Okay. I'm sure you notice the changes here even. Our personality is becoming personified now. That's what Roy am is. He's growing out of my hat and I don't know how to stop him. I don't know how to fix this town even. And I don't know why I'm telling you this. Oh, I suppose you just have a face one can trust. In any case, what brings you to the mayor today? What's that little girl? You want to know how our first past the post democratic system works? Why? I'd be happy to explain it in tremendous detail beginning now. Okay, I think that warded him off. That thing growing out of my hat has a name. Roy am. Roy am is my opposite side. He's much more self assured than I am. Which normally would be great. But the things he's doing. I don't know if I can support them. Well, for starters, he's wasting precious time and people on this upside down project. Secondly, he is bat dung mad as a hatter and he freaks me out personally. He's my opposite. But at the end of the day, that's the grand thing about two towns, isn't it? Everyone's got the other half. It's just like breathing to us. Mostly like breathing. I'm... I'm afraid not even. Despite my title, I'm in no position to help you. But... Well, if you dare, you could try to talk to Roy am directly. I shouldn't even be mentioning his name. But... well... You need my help. This is all I can do. I suspect he knows more than he lets on. I'm lowering an elevator for you even. It's your choice. Anne, good luck. I know. That's next, Reklaime. We'll beging there, Reklaime. Aber... That's me the whole time... In the... In the Augen... The whole time. My God. So, then... There you are again, Evan. It's also happening. Thank you, Evan. Drop up. But... You can't stop. Now, let's go. So. Gut, besuchen wir Redzium-Rekrüb. Wie der Hut einfach länger wird. Oh. Du bist Redzium-Rekrüb. Das ist die... Du siehst ja... Grüezi, mein Name ist Vrojan und ich bin in charge. Du weißt, ich bin der Boss, weil ich so... Äh... Kragen? Ich war über das zu sagen, das ist mein Rhyme. Du bist sehr rutsch, um meine Struggle zu bemerken. Als Herr, habe ich viele Prioritäten, um... Äh... Schwer? Stopp interrumpfen, ich habe es fast schon. Ah! Den Herrn, der Herr, nicht mich lachen. Er ist weniger als der kleinste Mitglied meiner... Lernst? Ja, ich war über das zu sagen. Du hast aber nur einen idiotischen Ruhl. Ich bin überrascht, dass er nicht in seiner eigenen... Hoffen? Oh... Schau, du hast meinen Flow und hast mich stoppen. Ich bin beschäftigt mit der Konstruktion meiner Masterpiece. Mein Legate. Mein Gift zu random, der wunderschönen zweiten Moon. Und du... ...interruptst mich? Was... ...do... ...you... ...want? Ähm, hör zu, ich weiß, du hast liebmals Augen. Wir können uns doch sicher einigen. Warum sollte ich mit dir handeln? Ich bin der Designer, Builder, Overseer der neuen 2-Town. Der bessere, viel besser, als der, der Idiot-Mayer Oversee. Du willst dein Freund's Augen zurück, nicht wahr? Ja. Gut, sehr gut. Es ist etwas, was du musst, wissen Sie. Hier ist, wie es das geht. Hier ist es, wie es geht. Da, duhst du? Meine Rhymes sind besser. Ich arbeite mit meinem Poem über den Moon und ich würde es wirklich, wirklich schnell machen. Du weißt, was? Das gibt mir einen Gedanken. Ich gebe dir die Augen, die du allmöglichst. Ich gebe dir die Augen und du kannst dir die Mühe sparen. Ha, du wünschst. Oh Mann. Well, I'll let them go if you teach me how to rhyme. Competently. Here's my offer. Take it or leave. Bring me a perfect poem about the moon and I'll grant you Seymour's eyes. Augen. Ah, you are good. Wenn ich ein perfektes Mondgedicht schreibe, gibst du mir die Augen? Yes, that's the deal we have struck. Go find Rhymes and I wish you... I'll think of it eventually. Glück. Get to it before I change my mind. It's only temporarily that our interests are... Parallel to each other. Okay. Wiedersehen, Rhymes and I'll give you some advice, who will learn. Stay out of my way and you won't get... Kugged. Klagen. I was about to say that. Na gut, wir sollen ein Gedicht schreiben. Für Rhym Rhym Rhym. Was ein Name, ne? It was a mad quest for an insane upside-down mayor. But it was all even had to go on. There were some particular propaganda posters hanging on the walls. Perhaps those could be of inspiration. Okay, such mal ein Poster mal. Hier, irgendwie in der Nähe. Build, build my city in the sky. Go on, don't be shy. Hey, we need a new city, that's way up at a significant height. Dieser Dude, alter. Ich glaube, wir waren irgendwo lang. Ich hoffe einfach... Selbst er ist hier, ne? Oh, Gegner. Natürlich. Mit einem Schild. Und da wachsen die auf dem Schild drauf. Na, wo ist er jetzt gewachsen? Wir Würfel machen, damit wir das Schwert bekommen. Dreier Schwert. Und ja. So. So. Liegend bringt dir das Schild auch nichts. Ach, jetzt wachsen die danach. Das ist immer ständig wegvisiert. Hör auf damit. So. Äh. Lass mich in Frieden. So. Volles Blatt. Ich hätte gerne einen Bogen. Haben wir einen Bogen in die Hand gezogen? Nein, aber jetzt fange ich auch schon an zu reimen. Nehmen wir das nochmal mit. Und das hier. Bogen haben wir nicht, ne? Äh. Ich hätte gerne irgendwie... Ich würde gerne treffen. Ich kann nur beim Abbau-Aufwärts-Schlag. Kann ich treffen. Danke. Und noch mehr. Ah, unser... Und so schnell ist unser Schwert weg. Ähm. Rät alles gar nichts, ne? Komm, heilen wir uns wenigstens einmal. Okay. Meine Güte. Ah, ist das auch noch einer? Uah. Ah, ich kann ja nicht... Oh, ich würde hier... Ich würde gar nicht gerne jetzt einen Drei würfeln, ne? Bogen oder Schwert? Schwert. Toll, jetzt haben wir eh nichts mehr. Das war... Nicht gut gespielt. Na, komm her. Autsch. Oh, da kommen wir in die Nacht. So. Weg mit dir. Würfeln. Und dann hat er mal aufges... Oh, praktisch. Und noch mal heilen. Ich meine, warum nicht? Waaah. Ey, wie viele kommen denn hier? Okay, warte mal, da kommen wir hier. Habe ich bitte eine Zwei. Danke. Warte mal bitte hier. Weil da kommen wir hier nämlich hoch. Ach, sehr schön. Na, komm runter. Das ist lästig. Das ist wirklich lästig. Äh, ihr studiert, wir haben überlebt, habe ich ganz vergessen. Ah, ich wollte eigentlich den Hitter von hinten treffen. Der Bogen, dass ich keinen Bogen bekommen, nervt mir etwas. Weil die wären ja kein Problem, wenn ich diesen Bogen hätte. So, komm her. Meine Güte. Weg mit dir. Oh Gott, das kommen immer mehr. So, vielleicht kriegen wir auch gleich einen Bogen. Für ein paar Zeit, eigentlich habe ich den Bogen ja nicht rausgenommen. Autsch. Immer noch kein Bogen, aber hey. Danke. Eine Zwei. Ja, ich muss das hier also. So. Tut mir leid, aber anders kann ich. Schön. Äh, der lebt noch. Wie sehe ich noch nicht hier den anderen an. Also mancher verstehe ich nicht, warum das Spiel. Ah, sehr schön. Meine Güte. 150 kriegen das Belohnung. Wer bist du? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich war bei diesen, diesen feilen Maschinen. Aber jetzt sind sie schraubt. Haha. So, danke. Der Name ist Big Red. Und ich bin Even. Even, hä? Well, you're big even to me now. Bigs and honorific, you know. Big Red and big even to make your acquaintance, kid. What brings you up here to this, this horrible place, big even? Isona, meine Schwester und ein paar und nach ein paar Augen. Afraid I can't help with either of those. But I got a life here. A precious little life. But it's mine. And now that I can move freely again, I think I'm gonna head back down to two town. See, I have this brother. Name a little Joe. Little Joe aus der Schorkenkasse? That's him. Looks just like me. Only he's a jerk. Well, he was going to work up here, but I got sent here instead. He made some sort of deal. Little Joe tricked me. His own twin sister. So now he's down there and I'm stuck up here and I hate every minute of it. Oh, I was for sure. And I was of two minds about it for a long time. But now I'm just tired. I know what he did was wrong. And I know he knows it too. He probably feels really guilty about it. But I don't want revenge. I just want to leave. I just want to go home. And now I can. Thank you. You've really made a difference in my life, big even. Oh, please, take this. It's my way of saying thanks. I'm finally free. Was denn? Geld? Viel Geld? Karte? 550. Okay, hier ist das erste Poster. Zwischen den Zeilen dieses ansonsten wenig bemerkenswerten Plakats, versteckte die Inspiration für Reime und Gedichte. They said it wasn't possible. They said it was a lie. Meet Miss Mystique from Papos Wild Circus. The woman with three personalities. Hmm. Miss? I could use that word. I've got cars to trade. Ja, komm, gib her. Wir haben ja Geld, ne? Ich hätte ja gern mehr Bögen. Koffer war alles leer, ne? Wanna soup? I know you do. Hahaha. So, der erste Poster haben wir. Wie viel müssen wir finden eigentlich? Steht das da? Konfrontiere Little Joe. Machen wir, wenn wir wieder unten sind, oder? Die zweite Inspiration. Ja, steht da nicht, wie viele wir brauchen. Na gut, dann machen wir hier ein Abstehen. Ja, ja, ist doch in Ordnung, ist doch in Ordnung. Ach, das ist nichts. Okay. Ich hab schon gesehen, da. Aber Geld ist wichtiger. So, und hier. Das nächste Plakat. Die dritte Inspiration. Ja, total. So. Gehen wir mal hier rum. Hier ist gar nichts. Dann. Wir lassen es sicher nicht durch, ne? Gucken wir gleich. Da ist das nächste. Und da oben hab ich schon gesehen. So. Noch ein Plakat. Ein Feast für die Szenen, ein Blut für das Körper, ein spirituelles Bouquet? Du musst einfach versuchen, crazy cryptids, chopped cheese, blue. Jetzt halb preis, jeden zweiten Tuesday. Okay, so mal zurück, die im Recruit aber erst mal. Spirituales Bouquet. Es ist eine schöne Phrase. Da. Sie hat sogar all die Materialien, die sie brauchte, um sie in einer Rheilung zu treffen. Okay. Aber hat sie sie hat die Skill. Es war nur eine Art, um zu finden. Hallöchen, wer bist du? Will ich schweißling? Äh, ja klar. Äh, nein? Rätsel mit dem Club der Bürgermeister? Oh, ho, 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 ho. Nett. Das ist blöd. Das ist ein Geist-Doh-Joh-Fuckabach. Du, der Duhl-Nücke, das heißt, ihr Wünsche, Beulah. Nicht wirklich. Das ist ein Geist-Doh-Joh-Fuckabach. 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 Bereit? Perfekt. Das ist ein Geist-Doh. Das ist ein Geist-Doh-Joh-Fuckabach. Das ist ein Geist-Doh-Joh-Fuckabach. Jetzt. So perfekte Rhyme. Für eine perfekte Moon. Ich denke... Ich denke, ich habe es. Ja. Gut gemacht, kleine Poetie. Ich habe es. Aber du hast dir ziemlich gut gewonnen. Wofür brauchst du das Gedicht überhaupt? Oh, ich bin ständig growing, building my body to become a real being. Poetie, on the other hand, und das ist das, was mich wirklich von meinem leckeren anderen Seite separiert wird. Oh, aber natürlich. Ich versuche dir, ich werde in diese Sache entdecken. Im Gegenteil, ich möchte dir etwas anderes geben. Der höchste Honour in diesem Land. Ich versuche dir zu den zweiten Moon-Staging-Grunden. Nichts haben die guten Glück gehabt, auf diesem hallowen Boden zu treten. Geh da. Ersinnere ihn. Und dann... Ich gebe dir, was du siehst. Meine Arbeitnehmer haben eine unglaubliche Größe. Wenn du mich fragst, denke ich, dass das großartig ist. Es ist schön, sie endlich aufzureimen zu sehen. Aufzureimen, Alter. Danke. Der Mond. Schön, ich glaube. In seinem eigenen... ...strangenen Weg. Ja. Wie die einfach die Stadt einfach doppelt bauen. Das ist schon ein bisschen verrückt, ne? Oh. Sieh mal an. Ne, bevor ich... Warte mal. Bevor ich da runtergehe. Wenn ich da schon sehe, da wird gekämpft. Es sieht aus, als würde ich hier lang gehen können, oder? Oh, Gottes Willen. Das sieht ja... Das sieht ja nach was aus. Na gut. Dann haben wir mal. Hi. 140 haben wir. Ja. Ja. Wir holen uns einfach irgendwas. Ein Geschenk. Noch ein Schaden. Ich brauche unbedingt mehr Bögen. Yo. Gut. Hinter dir ist nächst, ne? Na gut. Dann machen wir das im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch für zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert da. Wenn ihr nichts verpasst, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.